Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Im heutigen Review wollen wir uns das HTC OneMax, HTC's erstes Phablet, etwas genauer anschauen. Was es alles kann und inwiefern es sich vom One unterscheidet, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Wenn man das HTC OneMax zum ersten Mal in der Hand hält, merkt man sofort, wieso HTC diese Namensbezeichnung gewählt hat. Mit 164,5 x 82,5 mm gehört es eindeutig zu den größeren Phablets auf dem Markt. Dabei wiegt es 217 Gramm. Das Gewicht hat mich persönlich im Test nicht allzu sehr gestört, da es die Wertigkeit des OneMax sogar eher unterstreicht. Das Gerät liegt aber schon ziemlich wuchtig in der Hand, ein Galaxy Note 3 etwa ist deutlich handlicher. Wir finden auf der Vorderseite ein 5,9 Zoll großes SLCD3-Panel, das löst mit Full HD, also 1920 x 1080 Pixel bei 373 Pixel per Inch auf. Ansonsten finden wir hier auch die schon vom One bekannte 2,1 Megapixel Frontkamera mit einem Weitwinkelobjektiv. Hier befindet sich dann auch noch eine ganz dezente Benachrichtigungs-LED und wir finden auf der Vorderseite außerdem HTC's typisches Tastenlayout. Zumindest seit dem One haben wir hier zwei Touch-Sensitiv-Tasten, einmal für Zurück, einmal für Home und in der Mitte das HTC-Logo. Ansonsten nehmen natürlich auch die BoomSound-Lautsprecher, die wir ebenfalls schon vom One kennen, einen großen Teil des Platzes auf der Vorderseite ein. Was die taugen, ob die genauso gut sind wie beim One, das klären wir später noch. Auf der linken Seite des HTC OneMax befindet sich ein kleiner Schieber, mit dessen Hilfe man das Backcover des HTC OneMax abnehmen kann. Auf der Unterseite finden wir den Micro-USB-Anschluss sowie ein erstes Mikrofon. Auf der rechten Seite dann die ganzen wichtigen Tasten. Zum einen den Power-Button, der ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr oben wie beim One, sondern beim größeren Gerät, dem OneMax, eben an der Seite. Man kann ihn wirklich perfekt erreichen, da braucht man sich keine Sorgen machen. Daneben noch die lauter, leiser Wippe. Beide Tasten bestehen aus Aluminium und sind sehr, sehr gut verarbeitet. Auf der Oberseite dann der 3,5 mm Klinkenanschluss sowie noch ein Infrarot-Port. Der Rahmen des HTC OneMax, ich denke das kann man ganz gut sehen, besteht hier aus mattem Kunststoff, ist in weiß gehalten. Das ist jetzt nicht ganz so wertig wie beim HTC One, aber definitiv hochwertiger als noch beim One Mini, wo das Ganze ja in Hochglanzoptik gehalten war. Das geht so schon in Ordnung. Auch bei der Rückseite finden wir wieder ein sehr, sehr ähnliches Design, wie wir es schon vom HTC One kennen. Wir haben hier natürlich wieder Aluminium, das Ganze fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Wir finden hier außerdem die Ultra-Pixel-Kamera, diese löst nach wie vor mit 4 Megapixeln auf. Die Philosophie dahinter ist auch immer noch die gleiche. Wir haben größere Pixel, die mehr Licht aufnehmen können und dadurch für eine bessere Low-Light-Performance sorgen sollen. Was aber gleich schon auffällt, ist das vergleichsweise große schwarze Feld da auf der Rückseite. Das ist ein sogenannter Fingerabdruckscanner, mit dem ihr zum Beispiel das HTC OneMax entsperren könnt. Wie das Ganze funktioniert, ob das überhaupt funktioniert, das klären wir später noch. Wie ich aber eben schon angedeutet habe, kann man die Rückseite beim HTC OneMax abnehmen. Das ist so ein Novum. Das gab es beim One oder beim One Mini noch nicht. Wir haben hier 16 GB an internem Speicher. Der ist via MicroSD auch erweiterbar. Außerdem haben wir einen 3300 mAh starken Akku. Der ist allerdings fest verbaut. Dadurch, dass die Rückseite bzw. die Abdeckung auf der Rückseite abnehmbar ist, wirkt das Gerät einfach nicht mehr ganz so gut verarbeitet wie das HTC One oder das HTC One Mini, hat aber eben den Vorteil des erweiterbaren Speichers. Auch das HTC OneMax ist HTC typisch hervorragend verarbeitet. Die Tasten sitzen allesamt sehr fest und haben wirklich einen guten Druckpunkt. Durch das bekannte Aluminium-Design fühlt sich das Gerät natürlich sehr hochwertig an, wenn man hier auch sagen muss, dass es sich durch die abnehmbare Rückseite nicht ganz so wertig wie ein HTC One beispielsweise anfühlt. Das OneMax kommt ab Werk mit Android 4.3 Jelly Bean und der hauseigenen Sense UI in der aktuellsten Version, nämlich 5.5. Als SoC haben wir wie schon beim One den Qualcomm Snapdragon 600, eine Quad-Core CPU mit 1,7 GHz je Kern. Dazu gibt es 2 GB Arbeitsspeicher sowie natürlich LTE, also Long-Term Evolution zur mobilen Datenübertragung. Anfangen wollen wir wie immer direkt auf dem Lockscreen und der sieht eigentlich dem des HTC One sehr ähnlich. Wir können das Gerät entsperren, indem wir dieses Schloss nach oben ziehen und loslassen würden oder wir schieben die Uhr nach oben oder wir haben hier bis zu 4 freikonfigurierbare Shortcuts, in die wir ebenfalls entsperren können. Zum Beispiel den Dialer einfach festhalten, nach oben ziehen und schon landet ihr direkt im Dialer. In diesem Fall ist es jetzt aber so, dass ich das Entsperren via Fingerabdruck aktiviert habe. Das bedeutet konkret, ich muss einmal auf den Power-Button klicken, damit der Lockscreen aktiviert wird und fahre dann einfach mit meinem Finger einmal über den Fingerabdruckscanner drüber. Dann wird das Gerät entsperrt, so zumindest die Theorie. Ich kann euch sagen, in der Praxis ist es sehr, sehr schwierig, dass das wirklich schnell geht. In den meisten Fällen braucht ihr mehr Versuche oder ihr trefft als Versehen die Kamera und nicht den Fingerabdruckscanner. Ehrlich gesagt ist das Ganze wirklich ziemlich ernüchternd. Ich habe es nach ein paar Tagen wieder deaktiviert, weil es einfach nicht praktisch ist. Beim iPhone 5S mit dem Fingerabdrucksensor ist das Ganze im Alltag wirklich ziemlich praktisch. Beim HTC One Max ist der Fingerabdruckscanner leider nicht so praktisch. Wenn wir das One Max dann entsperrt haben, landen wir natürlich auf unserem Homescreen. Hier bewegen wir uns ganz klassisch über eine solche Wischgeste. Und woran erkennt man, dass es sich hierbei um ein One handelt? Na, es gibt natürlich nach wie vor den Blinkfeed, wenn wir hier einmal zur Seite swipen. Was kann man sich unter dem Blinkfeed vorstellen? Im Prinzip ist das eine Art Endlosschleife, die Nachrichten, also Artikel oder Videobeiträge und so weiter zusammenfasst, bündelt. Ihr könnt dann irgendeine Nachricht auswählen, einmal hier draufklicken. Das Ganze wird geladen. Ihr könnt euch das Ganze dann durchlesen oder zum später Lesen markieren und so weiter und so fort. Ich denke, das Prinzip sollte schon von älteren One-Smartphones bekannt sein. Wenn ihr wieder nach ganz oben gelangen wollt, klickt ihr, wie ich, gerade eben einfach einmal auf den Homebutton. Man kann sich das Ganze natürlich personalisieren. Also man kann die Quellen auswählen. Man kann sogar direkt die Webseiten auswählen. Das ist eigentlich genauso wie beim HTC One auch schon. Ich denke, das muss ich nicht nochmal zeigen. Was aber jetzt mit Sense 5.5 neu ist, ist die Tatsache, dass man das Ganze deaktivieren kann. Es gibt dazu einige Möglichkeiten. Am einfachsten geht es meiner Meinung nach, wenn ihr hier so eine Pinch-to-Sum-Geste anwählt oder macht, dann hier auf Blink-Feed ausklickt und dann seht ihr, der Blink-Feed ist weg. Einige hat der Blink-Feed beim One ja gestört. Einige haben sich beschwert, dass man das Ganze nicht deaktivieren kann. Dem ist HTC jetzt nun nachgekommen. Also ihr seht, man kann den Blink-Feed wirklich problemlos deaktivieren. Ansonsten haben wir natürlich aber immer noch die Eigenheiten der SensioEyes, sage ich jetzt mal. Wir scrollen hier nicht zur Seite, sondern wir scrollen nach wie vor nach oben und nach unten. Das kann man dann jedoch personalisieren oder einstellen. Also hier die Rastergröße könnt ihr zum Beispiel auch 3x4 anwählen. Wenn ihr sagt, das ist für mich persönlich übersichtlicher, dann habt ihr eben ein 3x4-Raster. Wir gehen nochmal zurück und wollen uns auch die Benachrichtigungsleiste etwas genauer anschauen, denn auch hier hat sich was getan. Wir können hier einmal mit einem Finger nach unten ziehen, würden dann hier unsere verpassten Mails, Anrufe und so weiter sehen. Wenn wir hier oben draufklicken, dann kommen wir eben zu den Shortcuts, die es ja auch beim One-Site Android 4.2.2 gab. Oder ihr nehmt direkt zwei Finger, fahrt hier einmal von oben nach unten und gelangt dann auch direkt zu diesem Feld. Wir können hier natürlich nach wie vor WLAN aktivieren, deaktivieren. Wir können die Helligkeit einstellen, Fingerabdruckscanner und so weiter. Ich denke, ihr kennt das Ganze. Aber neu ist jetzt eben auch die Tatsache, dass wir das Ganze hier anordnen können. Wenn ich die richtige Taste treffe, klicken wir hier drauf und dann könnt ihr zum Beispiel anordnen, ich möchte den Energiesparmodus woanders haben. Oder ihr sagt zum Beispiel, ja, WLAN-Hotspot brauche ich jetzt nicht unbedingt hier oben. Dafür möchte ich zum Beispiel irgendwas anderes nehmen. Wir nehmen mal die Medienausgabe dabei haben. Ihr zieht das Ganze dazu, klickt hier auf Fertig, zieht das Ganze nochmal nach unten und dann haben wir hier eben auch die Medienausgabe mit dabei. Nun befinden wir uns im Stockbrowser und haben Spiegel.de eine relativ aufwendige Webseite aufgerufen. Und wie schon beim One muss ich auch hier sagen, die Surfperformance ist wirklich allererste Sahne. Ich denke, ihr seht das ganz gut. Es gibt keinerlei Ruckler, auch wenn ich hier eine solche Pinch-to-Zoom-Geste anwende, läuft das Ganze sehr, sehr schön flüssig. Da braucht es wirklich keinen Qualcomm Snapdragon 800, zumindest nicht im Browser. Das funktioniert hier alles sehr, sehr schön. Auch die Schrift ist wirklich gestochen scharf. Die 373 Pixel per Inch reichen hier locker aus. Das Ganze wirkt wie gedruckt und hat mir sehr gut gefallen. Was mir weniger gut gefallen hat, ist der Weißwert. Wer meine Videos schon etwas länger verfolgt, der wird wissen, dass mir beim HTC One bzw. dessen Display vor allem der Weißwert sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist hier leider nicht der Fall. Bei meinem Testgerät wirkte das Weiß sogar ganz leicht gelblich. Hat mir nicht ganz so gut gefallen. Hätte man besser lösen können. Als nächstes wollen wir uns auch das Display des One Max etwas genauer anschauen. Ich kann euch sagen, in Sachen Farbdarstellung ist es wirklich relativ gut. Die Farben werden sehr intensiv, aber immer noch ausreichend realistisch wiedergegeben. Der Weiß- und der Schwarzwert ist aber eben nicht ganz so gut wie beim HTC One und auch in Sachen Farbechtheit und Farbkorrektheit hat das One etwas die Nase vorne. Die Helligkeit ist ausreichend. Ich hatte draußen nie Probleme, Inhalte vom Display abzulesen, aber auch hier muss ich sagen, war das HTC One im direkten Vergleich etwas besser. Auch die Blickwinkelstabilität ist gewohnt hervorragend. Da konnte ich mich wirklich überhaupt nicht beschweren. Das hat mir gut gefallen. Weiter geht es im Music Player und da finden wir auch wieder das schon vom One bekannte sehr intuitive Interface. Das hat mir auch wieder ziemlich gut gefallen. Die Soundqualität ist wirklich hervorragend. Ich muss es wieder sagen, wie auch schon beim One. Einige haben beim Unboxing gesagt, hier fehlt ja das Beats Audio Logo. Ja, es gibt diese Partnerschaft zwischen Beats und HTC nicht mehr. Die Anteile wurden wieder verkauft, aber das stört eh überhaupt nicht. Denn Beats Audio war im Prinzip nichts anderes als ein Equalizer. Die Soundqualität beim HTC One Max ist also hervorragend. Das will ich damit sagen. Und damit werden wir jetzt auch schon bei den BoomSound Lautsprechern. Und da ist echt das eingetretene, was ich mir erhofft habe. Dadurch, dass wir hier ein größeres Smartphone haben, noch etwas mehr Raum, sind auch die Lautsprecher noch mal besser. Sie sind noch mal einen Tick lauter. Sie sind noch mal einen Tick klarer. Und eigentlich wirklich mit das Beste, was man auf dem Markt bekommen kann. Also noch mal besser als beim HTC One. Wer also die besten Lautsprecher in einem Smartphone oder Phablet haben möchte, der sollte definitiv zum One Max greifen. Als nächstes wollen wir uns natürlich die Kamera respektive deren Interface etwas genauer anschauen. Wir haben hier rechts unten ein paar verschiedene Filter, die man auswählen kann. Das kennt man so von Instagram. Das kennt man so von vielen aktuellen Smartphones. Das ist nichts wirklich Neues. Wir können direkt ein Video starten, beziehungsweise haben hier auch unseren großzügigen Auslösebutton. Rechts oben kommen wir dann direkt zu den zuletzt gemachten Aufnahmen. Und ich denke, ihr habt gesehen, es wird auch wirklich sehr, sehr schnell ausgelöst. Da kann man sich nicht beklagen. Links oben können wir den Blitz einstellen. Hier können wir HTC Zoe aktivieren. Ihr kennt das Ganze ja noch vom One. Es sind mit Sense 5.5 viele neue Vorlagen dazugekommen. Also ihr macht quasi aus verschiedenen Aufnahmen an verschiedenen Orten macht ihr euch eine Art, ich möchte jetzt mal sagen, sehr lebendige Collage. Die wird auch noch mit Sound unterlegt. Es kommen verschiedene Filter drüber und so weiter. Also HTC Highlights. Das ist wirklich ganz nett. Interessant wird es aber auch hier links unten. Denn da kann man dann zum Beispiel zwischen der Front- und der Hauptkamera switchen. Wir haben hier auch unsere verschiedenen Fotoaufnahme-Modi. Es gibt, wie gesagt, Szene. Es gibt Zoe, es gibt einen Nach-Modus HDR, Panorama-Schwank. Dann außerdem einen Dual-Aufnahme-Modus. Der ist eben auch neu. Das seht ihr dann links oben quasi mich im Bild. Jetzt wird nämlich eine Aufnahme mit der Front-Kamera und mit der Hauptkamera gemacht. Das Ganze könnt ihr auch wieder umstellen. Es gibt Anti-Verwackelung natürlich. Und ihr könnt ganz wieder normal auf Szene bzw. normal hier zurückstellen. Außerdem gibt es hier noch verschiedene weitere Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel den Selbstauslöser aktivieren. die Video-Qualität einstellen, den ISO-Wert und so weiter und so fort. Die Bildqualität des One Max bei guten Lichtbedingungen ist eigentlich identisch wie auch schon beim One. Die Bilder werden sehr farbgetreu und sehen auf den ersten Blick eigentlich wirklich gut aus. Sobald man aber eben mal hineinzoomen möchte, sieht man schnell, dass Details aufgrund der vergleichsweise geringen Auflösung fehlen. Das sind eben andere Smartphones mit 8 oder 13 Megapixel. Zumindest was die Details betrifft, etwas weiter vorne. Damit wären wir jetzt beim Thema Low-Light-Performance. Und hier kann die Ultra-Pixel-Kamera dann wieder überzeugen. Die Aufnahmen werden relativ hell und auch das Rauschen hält sich größtenteils in Grenzen. Die Low-Light-Performance ist noch mal besser als beim One. Hat mich auch etwas überrascht. Kann natürlich auch mit dem Sense 5.5 Update zusammenhängen. Und diesbezüglich also in Sachen Low-Light-Performance gehört das One Max definitiv zu den besseren Geräten auf dem Markt. Die Sprachqualität hat mir HTC-typisch sehr, sehr gut gefallen und das gilt jetzt auch für die Akkulaufzeit. Die ist meiner Meinung nach mit das Beste am One Max, denn der Akku hält deutlich, deutlich länger als beim HTC One. Ich kam mit dem One Max problemlos durch den Tag. Meist waren sogar eineinhalb bis zwei Tage drin. Also die Laufzeit ist wirklich auf einem Niveau mit einem Samsung Galaxy Note 3, mit einem LG G2 und so weiter. Eben all den Android-Geräten, die momentan ganz oben sind, was das Thema Akkulaufzeit angeht. Und zu guter Letzt kommen wir natürlich wie immer zu einem abschließenden Fazit und beginnen mit den Punkten, die für das HTC One Max sprechen. Wir hätten hier zum einen definitiv das wertige Design. Ich habe gesagt, dadurch, dass man die Rückseite abnehmen kann, ist es nicht mehr ganz so wertige wie das One zum Beispiel. Aber trotzdem gehört das One Max noch zu den wertigsten Geräten auf dem Markt. Wir haben nach wie vor ein sehr scharfes und kontrastreiches Display und eine überzeugende Performance. Ich denke, ihr habt das im Gaming-Test gesehen, ihr habt das jetzt im Browser gesehen, da kann man sich eigentlich echt nicht beklagen. Außerdem haben wir geniale Lautsprecher. Wir haben die besten Lautsprecher in einem Smartphone oder Phablet, die man so auf dem Markt finden kann. Und wirklich eine sehr, sehr starke Akkulaufzeit, wie ich ja eben vor einigen Sekunden schon erörtert habe. Es gibt aber auch ein paar Kontrapunkte, so zum Beispiel die Tatsache, dass der Akku nicht austauschbar ist, obwohl man die Rückseite abnehmen kann. Dann HTC gibt eben an, dass man so wenig mögliche Teile wie möglich haben möchte. Aber naja, dann hätte man sich vermutlich diese Akku, die Rückseitenabdeckung, die man abnehmen kann, auch gleich sparen können und vielleicht den MicroSD-Slot an der Seite mit integrieren können. Das wäre nur so ein Vorschlag von mir gewesen. Außerdem haben wir nach wie vor einen sehr hohen Preis, dadurch, dass das Gerät eben neu ist. Den aktuellen Preis findet ihr immer über den Kauflink in der Videobeschreibung. Ich nenne ihn jetzt nicht, denn der schwankt ja immer wieder, aber das One zum Beispiel ist eben deutlich günstiger zu bekommen. Auch der Fingerabdrucksensor ist im Alltag eher fehl am Platz. Was beim iPhone 5S ganz gut funktioniert hat, ist hier bei dem Fingerabdruckscanner des HTC One Max eher eine Spielerei und funktioniert nicht wirklich. Und außerdem haben wir eben diese enorme Größe. Also man muss die schon wirklich mögen. Man bekommt das One Max noch in die meisten Hosentaschen, also zumindest in die meisten Herren Hosentaschen hinein, wenn ihr nicht gerade eine ganz enge Röhrenjeans anhabt. Aber man muss mit der Größe schon zurechtkommen. Also wenn ihr damit telefoniert, sind euch einige Blicke auf jeden Fall schon mal sicher. Alles in allem kam das HTC One Max meiner Meinung nach einfach ein paar Monate zu spät auf den Markt. Dazu kommt noch der relativ schlecht integrierte Fingerabdruckscanner und der nach wie vor sehr hohe Preis. Wer mit den oben genannten Nachteilen leben kann, der bekommt mit dem HTC One Max definitiv kein schlechtes Gerät. Der von mir persönlich erhoffte Hit ist es aber leider nicht geworden. Das One bietet insgesamt nach wie vor das bessere Gesamtpaket. Leute, das war auch schon wieder das Review des HTC One Max. Ich hoffe natürlich wie immer das Video hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage in diesem Sinne Tschau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.